moin moin hier ist wieder euer robin für euch ich bin heute in ham bei ein kollegen da wollen wir gerade eigentlich ein leistung starten hat leider nicht funktioniert das habt ihr auch im kurzen leistung gesehen dass wir es eigentlich machen wollten schade aber jetzt geht es erstmal in die innenstadt nach ham rein und ich sage euch oder ich sage uns viel spaß bei diesem vlog ja das ist der kollege ist der tim ein treuer abonnent hat auch ein youtube kanal wir hatten jetzt eigentlich vor gta 5 zu spielen gta 5 online hat leider nicht geklappt und da ich ja nachher auch noch drei stunden zurückfahren muss nach köln geht jetzt erstmal in die innenstadt wird futtern weil ich habe kräftig hunger und mal schauen was es in diesem vlog noch gibt ja im hintergrund seht ihr die schöne schleuse ihr auch vorhin schon im live stream gesehen habt ja im moment ist kein schiff da ja da ist der kollege im hintergrund ist nicht schön was du da gerade gemacht hast lasse ich jetzt im video ja wir sind jetzt von der schleuse weg ihr seht da herne kanal also dattel herne kanal wir sind jetzt auf dem weg richtung innenstadt was schönes futtern ich möchte euch auf jeden fall sagen schaut doch mal auch in die anderen telles rein fluchhäfen züge schützen feste und so weiter und so fort würde mich freuen wenn ihr daumen nach oben da lassen würdet und meine videos teilen würdet ja da das wahrscheinlich das letzte video ist freilich abend wünsche ich euch ein schönes fest und weil sie uns dieses jahr nicht mehr sehen was ich nicht denke auch einen guten rutsch ins neue jahr ja das ist natürlich nicht der dattel ham kanal also nicht der dattel herne kanal sondern der dattel ham kanal es gibt so viele kanäle in deutschland da kann man schnell durcheinander kommen also dattel ham kanal so wie es auch auf dem schild steht ist es ja ihr seht es es geht zurück nach köln mit dem e1 da ist der kollege mit dem ich hinter verbracht haben das essen war super lecker ich sage tschau mit vr robin ja tschüss danke fürs zuschauen daumen nach oben wäre schön